Okay, willkommen zu meinem nächsten Part, äh, der letzte Part für heute. Ich mache hier jeweils drei Parts her. Und ich muss auch bald mit dem Spiel fertig werden, wenn ich am 31. das loshaben werden will. Kein Leben für Gauta. Ach, da ist Leben. Nichts in etwas, nichts. Und hier ist die Map, wo anscheinend bis im dritten Stock. Ähm, wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Gute Frage. Hm, wo soll ich hin? Okay, hier zu gehen bringt mir nichts. Und hier zu gehen? Hm. Mal sehen, mal sehen. Wir testen das einfach mal. Okay. Ich diese Teile hasse. Ja, komm her. Komm zum Daddy. Wie hat der mich jetzt eigentlich getroffen? Ich habe ihn doch vorher getroffen, schon. Wie hat der mich jetzt eigentlich getroffen? Ich habe ihn doch vorher getroffen, schon. Das sieht doch mal geil aus. Gut gemacht, Gauta. Dann nimmst du den besten Weg, den man nehmen kann. Und jetzt kommt raus. Wie hat der mich gebt? Nein, nein! Ich hab's irgendwie viel, dass ich hier abkratzen werde. Ich brauch dringend Leben. Irgendwie brauch ich Leben. Okay. Okay. Zweckmühle. Ich versuch die jetzt irgendwie zu töten, ohne Leben zu verhindern, also bis gleich. Okay. Ich hab die gekillt. Wieso? Oh. Willst du mich verarschen? Wieso gibt's kein Leben für mich hier? Ich weiß gar nicht, ob ich gerade den richtigen Weg nehme. Ach komm. Jetzt bin ich wieder am Anfang, oder? Warte mal. Wieso lacht ihr so komisch im Missgestalten? Aber sagt schon einiges aus, dass ich hier gerade richtig bin. Sonst würde, glaub ich, nicht dieses komische Lachen kommen. Ich bin unbewusst in den richtigen Weg gegangen. Gepriesen sei Gauta. Gepriesen sei da tot, äh, nicht tote Zombie hier. Ich weiß, die Logik macht keinen Sinn. Ach, du wirst nicht aufstehen, ne? Du wirst nicht aufstehen, da bin ich mir sicher. Oh, und keine grünschleimenden Viecher hier. Oh, Munition. Achso, das ist wie meine Pistole. Wo bin ich gerade? Oh, okay. Ich hab doch gesagt, dass er aufstehen würde. Ich muss da auch raus. Ich hab total vergessen, dass die auch oben sein können, diese Missgeburten. Ähm, ich muss die Tür, weil oben drücken wir nicht, weil ich von da oben komme, ja. Ja, ich komme ja von... Von wo komme ich eigentlich? Oh, okay. Wieso treffe ich das nie? Okay. Wieso ist hier kein Leben, Mann? Okay, ich nehme nicht diesen Schlüssel hier. Bevor ich das mache, speichere ich noch. Okay, wir untersuchen mal. Achso, jetzt ist das letzte Foto, um diese Waffe zu holen. Wir haben ja davor die anderen Teile ja geholt. Wisst ihr noch? Jetzt haben wir den Passwort 1031 oder warte... Ach, hier sind die Fotos. So kriegen wir das Passwort dafür aus. Ist er wieder am ersten Stock? Ich weiß, dass es da aber einen Boss-Fight gibt. Ich weiß, dass es da aber einen Boss-Fight gibt. Wir haben unsere Waffe schon längst geholt. Und sehen wir uns mal an, was jetzt kommt. Ach, wir sind auf der anderen Seite. Die Musik hier gefällt mir irgendwie nicht. Okay, das ist meine Frau. Das ist mein Kind. Und das bin ich. Okay. Hab ich jetzt mein Kind verarscht? Oder was hab ich jetzt mit dem Kind gemacht? Hab ich das so umgebracht? Was ich jetzt bisher mitbekommen habe, ist, dass ich angeblich oder wahrscheinlich meine Frau umgebracht habe. Hm. Deswegen, keine Ahnung. Vielleicht bin ich ja irgendwann geisteskranker. Zwischen gibt's ja auch in der Welt. Aber soll ich jetzt im Wachtturm? Was soll ich beim Wachtturm? Okay. Hier war da noch ein Buch. Ach, da. Und da ist noch ein Buch. Drittes Flur. Links, Bums. Du sagst mir. Okay. So schnell geht es. Wir sind schon bei Kapitel 11. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hingehen soll. Äh, die sagen ja Gartentower. Also wäre jetzt die logische Schlussfolgerung, die Waffe jetzt zu holen, weil wir jetzt das Passwort ja haben. Also kommen jetzt noch, äh, fünf Kapitel ist mehr oder man ist fertig mit dem Spiel. Okay. Okay. Da war keine Tür. Okay. 10, 31, 0, 7. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, So kann ich jetzt nicht durch die Tür ganz ehrlich, wozu mir soll ich hin? Ach, man. Okay, wir sehen uns zum nächsten Mal. Dann informiere ich mich auch, wie ich dahin komme.